Es geht um die Grundlagen für automatisierte Tests. Ich bin Malte Klasen, Softwareentwickler und was ich heute vorstellen möchte, sind wirklich die grundlegenden Grundlagen. Wenn irgendjemand an irgendeiner Stelle das Gefühl hat, das wäre nicht klar, auf jeden Fall fragen, was sind automatisierte Tests? Das ist natürlich erstmal die Frage, die sich da stellt. Ich meine, so ein bisschen testen macht irgendwie jeder. Also zumindest nachher einmal kompilieren und mal gucken, was passiert, ist so eine Sache, das erwartet man eigentlich vom Softwareentwickler. Es gibt aber irgendwie dieses automatisiert davor und dieses Test und irgendwie, was ist das? Der wesentliche Teil beim automatisierten Testen ist, dass es automatisiert ist. Und das kann man eigentlich nicht stark genug betonen. Was hat das für Vorteile? Wenn ich eine Sache automatisiere, dann muss ich persönlich mich überhaupt kein Stück mehr damit auseinandersetzen. Das passiert einfach irgendwie automatisch. So, das klingt trivial. Der Punkt an der Sache ist, wenn ich es automatisiere, dann habe ich die Möglichkeit, das nebenbei auszuführen, irgendwo hin zu delegieren. Es kann immer wieder laufen und es stört mich eigentlich nicht. Ich habe eine ganze Reihe Möglichkeiten, wo ich sagen würde, ich kann einfach in Ruhe arbeiten und der Teil, der sicherstellt, dass das irgendwie gut ist, mal ganz in abstrakter Form gesagt, ohne erstmal auf einzugehen, was ein Test eigentlich können sollte, der passiert irgendwo anders. Damit habe ich erstmal als Entwickler nicht so richtig viel zu tun und im Idealfall natürlich auch kein anderer Mensch, weil Menschen auch immer Kosten verursachen. Und Menschen, die repetitiv immer das Gleiche testen, denen wird irgendwie langweilig, sie haben keinen Spaß mehr dran und werden nachlässig. Es gibt viele Sachen, die man testen kann, wo Maschinen echt gut sind. So, wenn wir nun also erstmal auf die Idee gekommen sind, ja, doch, so ein bisschen Qualitätssicherung könnte die Maschine machen, dann stellt sich natürlich die Frage, wie funktioniert das? Was muss man da beachten? Die erste Frage bei eigentlich jedem Test, den man durchführen kann, sei es manuell, sei es automatisch, ist die Frage danach, in welchem Kontext dieser Test durchgeführt wird. Der Kontext ist erstmal sehr, sehr allgemein gefasst. Was kann man darunter verstehen? Fangen wir an. Hier, .NET Framework, ist wahrscheinlich die Grundlage von so ziemlich jedem Softwareprojekt, wo Sie daran beteiligt sind. Unterstelle ich einfach mal bei dieser Konferenz. Gibt es auch immer wieder unterschiedliche Versionen von 2, 3, 3, 5, 3, 5, Servicepack 1, 4, 4, 5 und so weiter. Und auch wenn man weitgehend unter Kontrolle haben kann, was für eine grobe Version man vorgibt, hat man da auch immer wieder mit Feinheiten zu kämpfen. Das kann sein. Ich habe ein Softwareprojekt für .NET 4.0 entwickelt. Und jetzt kommt Microsoft und sagt, gut, 4.5 ist so ähnlich, das nehmen wir als Drop-in-Replacement für 4.0. Und ab sofort, wenn ich 4.5 auf einer Maschine installiere, habe ich kein .NET 4.0 mehr, sondern alles läuft in 4.5. Und weil letztlich so, so, so sehr ähnlich ist, sagt Microsoft, gut, ist kein Problem, können wir machen. Jetzt gibt es aber immer wieder Feinheiten, die da auftreten, wo sie doch unterschiedlich sind. Wer von Ihnen verwendet ASP.NET? Okay. Und wer davon das Web-Activator-Plugin? Gut, dann haben Sie das größte Hindernis überhaupt schon gar nicht mal kennengelernt. Das ist nämlich so ein Plugin, was recht beliebt ist, sage ich mal, was an diesem Wechsel von 4.0 auf 4.5 absolut gescheitert ist. Da muss man aufpassen. Beim automatisierten Testen ist ganz wichtig, dass man eine wirklich definierte Umgebung schafft, dass man sagt, ich habe hier eine Maschine, da läuft 4.0 drauf oder ich habe eine Maschine, da läuft 4.5 drauf. Und im Idealfall sollte das natürlich die Produktionsumgebung widerspiegeln. Das Gleiche trifft für die externen Abhängigkeiten zu, sage ich mal, Datenbanken. Wenn ich gegen Datenbanken testen möchte, habe ich einen SQL-Server 2008, 2012. Womit habe ich es eigentlich zu tun? Da muss man einfach darauf aufpassen, dass man hier sicherstellt, dass man als Entwickler genau weiß, in welcher Umgebung möchte ich meine Tests durchführen und wie kann ich die nachher erzeugen? Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe mehr Sachen, die man beachten kann, aber eigentlich so alles, was so das Umfeld der eigenen Software angeht, da muss man sich Gedanken zu machen bei jedem Test, insbesondere bei automatisierten, weil man bei denen ja nicht mehr so einen Blick drauf hat nachher und sagt, oh, natürlich ist hier eine andere Version, sondern die Maschine führt es aus. Wenn die Maschine einen anderen Kontext hat als ein Produktivsystem, kommt sie zu den Ergebnissen und sie sagt nicht warum, sondern wollen wir selber darauf achten. Das nächste bei automatisierten Tests ist, was für Parameter tue ich in meinen Code rein? Ja, ich sage mal, jede Software, die irgendetwas tun soll, braucht ja irgendwelche Eingabewerte, sonst passiert nicht viel. Und auch da muss man jetzt eine Form finden, wie man die eigene Software mit Eingabewerten bestückt, die zu sinnvollen Ergebnissen führen, die halbwegs reproduzierbar sind und die möglichst das abdecken, was die eigene Software eigentlich so leisten soll. Ich sage mal, wenn ich jetzt ein Stück Code schreibe, was nur multipliziert und ich probiere das nur mit positiven Zahlen aus, dann weiß ich nicht, was passiert, wenn ich eine negative mit einer negativen multipliziere, was passiert mit positiven mal negativ, das sind so Sachen, da muss man einfach mal darauf achten, was lege ich als Parameter rein, um das abzudecken, was meine Software nachher auch wirklich ausgeben soll. Muss man sich Gedanken zu machen. Das nächste bei automatisierten Tests ist, ich muss ein messbares Ergebnis haben. Wenn ich einem menschlichen Tester ein Stück Software gebe, dann kriege ich am Ende, wenn alles gut geht, ein Feedback, wo dann rauskommt und sagt, ja, diese Software ist eigentlich okay, gefällt mir. Je nachdem, wie gut die Tester sind, wird das natürlich noch ein bisschen qualifizierter. Aber im Wesentlichen auch, ich sage mal, wenn man es im Kollegenkreis rumgibt, ist ja immer so das Feedback, ja, das funktioniert schon irgendwie. Das ist okay, das kann man so, das kann man übernehmen, das kann in Produktion gehen. Läuft. Läuft ist immer eine super Aussage. Das sagt einem automatisierter Test nicht. Man muss sich also vorher überlegen, woran erkenne ich denn eigentlich, was hier passiert und ob das das ist, was ich wollte. Man muss messbare Werte finden. Objektive Größen, wo man sagt, gut, wenn ich jetzt zehn Benutzer in meiner Datenbank anlege, sollen nachher auch zehn drin sein und nicht, ja, die Liste ist größer als ein Bildschirm. Das werden schon viele sein, das passt schon irgendwie. So, dann stellt sich natürlich die Frage, wenn wir also wissen, wir haben einen Test in einem bestimmten Kontext laufen, mit bestimmten Eingabewerten und wir messen nachher irgendwas. Was kann ich dann eigentlich an den Test für Erwartungen haben? Was soll dabei rauskommen? Die wichtigste Aussage bei automatisierten Tests ist die Aussage, dass es funktioniert. Das ist trivial, sage ich erst mal so. Das ist eigentlich so das, was man am Anfang erwartet hat. Das soll mir ein Test sagen. Da ist die Frage, was heißt, es funktioniert? Und dann sind wir bei der Frage, weiß ich eigentlich als Entwickler selber von meiner Software, was sie im Detail tun soll? Oder ist das mehr so ein grobes, schwammiges Gefühl, wo ich ständig mit den Leuten nachher den Anwendern spreche? Die sagen, die rufen dann an und sagen, hier müsste das was ein bisschen anders sein. Habe ich ein Lasten- oder Pflichtenheft? Irgendeine Art Spezifikation, wo daraus hervorgeht, was eigentlich genau passieren soll und wie exakt ist das formuliert? Sehr schön sind immer die Anforderungen, die dann vage gehalten sind, dass man Spielraum hat zur Interpretation. Sei es, ich möchte gerne auf einer Weboberfläche auf meinem Intranet das Wetter anzeigen. Das ist eine Sache, die taucht irgendwie erstaunlich häufig auf. Ich weiß auch nicht, warum jeder das Wetter in seinem Intranet haben will. Passiert. Aber dann kommen natürlich die Fragen. Woran erkenne ich, dass diese Wetteranzeige funktioniert? Weiß ich überhaupt welches Wetter? Welcher Ort? Welche Zeit? Will ich das Wetter, was ich tagsüber erwarte? Will ich das aktuelle Wetter? Will ich das Wetter von morgen haben? Tagesmittelwert? Das sind also Sachen, wenn da jemand drauf guckt und sagt, ja, da erscheint die Sonne und irgendwie gucke ich aus dem Fenster, scheint die Sonne, sagt der manuelle Tester, ja, ist in Ordnung, können wir abnehmen. Wenn ich anfange, solche Sachen in Code zu gießen und sage, ich möchte, dass eine Maschine das überprüft, dass dieses Widget, was ich da geschrieben habe, genau das richtige Wetter anzeigt, dann komme ich ganz schnell zu dem Punkt, dass ich wirklich tatsächlich festhalten muss, was ist eigentlich das Richtige? Wer von Ihnen hat denn schon mal mit schwammigen Anforderungen zu tun gehabt? Okay, ich hatte es nicht anders erwartet. Das ist der Teil, wo ich sagen würde, wenn Sie mit automatisierten Tests arbeiten, da hilft nichts, da müssen Sie nachfragen und so lange nachbohren, bis Sie irgendwas Handfestes haben. Denn sobald Sie dieser Maschine diese schwammigen Anforderungen geben, wird die Maschine genauso schwammig beurteilen, läuft, läuft nicht. Also man kann sich überhaupt nicht mehr darauf verlassen, was da passiert. Denn im Zweifelsfall fragt man nur noch ab, ob da überhaupt irgendein Widget angezeigt wird. Und wenn das der Fall ist, wird es schon das Wetter sein und es wird auch das richtige Wetter sein. Damit kann man nichts anfangen. Ist natürlich in tieferen Ebenen der Software genau das Gleiche. Man muss wirklich haargenau wissen, was man tun möchte. So, wenn wir also geklärt haben, Funktionsfähigkeit muss klar definiert sein. Dann haben wir den zweiten Effekt des Tests. Wir wissen, wann die Software, die wir geschrieben haben, fertig ist. Das ist ja auch eine Sache, die eigentlich irgendwie so immer verhandelbar ist, wenn man erstens keine exakten Anforderungen hat und zweitens keine Maschine, die es überprüft. Weil man immer irgendwie mit dem Kunden übereinkommen kann, dass man sagt, ja gut, wir haben hier vielleicht was ein bisschen hübscher gemacht. Da ist das Design anders geworden und hier das funktioniert auch ein bisschen anders, aber im Großen und Ganzen erfüllt doch seinen Zweck. Kann man doch mitarbeiten. Ist doch super. Dann kann man anfangen über Change Requests zu verhandeln und so weiter. Aber es kann einem auch passieren, dass man irgendwie viel zu viel programmiert hat, weil man dachte, das Problem wäre komplexer, als es tatsächlich war. Und dann deckt man ganz viele Fälle ab, die vielleicht in der Praxis nie auftreten. Und das ist auch schlecht. Und da muss man immer so einen Mittelweg finden, dass man sagt, gut, das ist gerade ausreichend und das ist einfacher, wenn man eine gute Spezifikation hat und wenn man einen automatisierten Test hat. Denn sobald dieser Test einem bestätigt, dass die Software tatsächlich funktioniert, dann weiß man in dem Moment, dass man fertig ist. Das klingt erstmal gewagt und es setzt voraus, dass man gewissenhaft Tests geschrieben hat. Aber wenn man das nochmal durchdenkt, dann wird das auf einmal eine total praktische Einrichtung, weil man vorher sich Gedanken darüber macht. Was genau brauche ich eigentlich? Ich brauche ständig nur das Wetter in Mainz. Ich brauche überhaupt kein anderes Wetter. Es ist mir egal, ob diese Wetter-App andere Sprachen könnte. Ich brauche nur das Mainzer Wetter. Und ich brauche auch immer nur das Wetter um zwölf Uhr. Und eigentlich brauche ich auch einen Warnhinweis, wenn es regnet oder gewittert. Und dann wird das Ganze schon konkreter. Und dann kann ich nämlich beim Programmieren mich daran orientieren, was eigentlich nachher geprüft wird. Und wenn ich das mache, dann programmiere ich ziemlich sicher auch eigentlich nur genau das, was nachher zur Erfüllung des Zwecks notwendig war. Und das, wo mein Kunde oder mein Anwender nachher sagt, gut, da freue ich mich, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Denn das ist das, was mir nachher wirklich Nutzen bringt. Das ist eine wichtige Sache. Das Nächste, was ein Test kann, sicherstellen, dass der Code tatsächlich von anderen Leuten benutzt werden kann. Das ist auch eine schwierige Sache. Wenn ich anfange, irgendeine Low-Level-Komponente zu schreiben, ganz irgendwo im Kern meiner Anwendung. Und ich schreibe die erst mal von dem aus, wie ich mir denke, dass man das Problem lösen sollte. Dann kommt nachher am Ende ziemlich sicher irgendein Stück Software dabei raus, was dieses Problem tatsächlich löst. Sonst muss man sowieso nochmal neu nachdenken. Wenn das der Fall ist, dann habe ich aber noch nicht sichergestellt, dass irgendjemand anders auf der Welt in der Lage ist, die Software, die ich da programmiert habe, auch sinnvoll zu nutzen. Und das ist wieder der Teil, wo Tests helfen können, wenn man nämlich im Test selber festhält, wie diese Software benutzt werden soll. Auf einfachster Ebene sind das die .NET Interfaces, wo man zuerst im Test festlegt, gut, mein Repository, wo ich meine Kochrezepte drin speichere, muss auf jeden Fall eine Möglichkeit haben, neue Rezepte hineingeben zu können. Ich muss Rezepte anhand ihrer ID finden. Ich möchte durchzählen, wie viel ich insgesamt habe. Ich möchte die neuesten 10 haben. Solche Geschichten. Und dann schreibe ich dafür natürlich erst mal den Test gegen ein Interface. Und wenn ich das gemacht habe und mich danach darum kümmere, die Implementierung durchzuführen, dann ist eigentlich schon ziemlich sichergestellt, dass es überhaupt eine Möglichkeit gibt, diese Implementierung sinnvoll zu nutzen. Denn sonst, ich sage mal, bei so einfachen Repository-Pattern, was gut bekannt ist, ist es kein großes Risiko. Aber sonst läuft man immer Gefahr, dass man Sachen schreibt, die irgendwie aus der Implementierungssicht her total sinnvoll sind, die aber dem Anwender nachher das Leben erschweren. Das können so Sachen sein wie Objekte, die Kontext mitführen. Eine unabhängige Frage davon, wer hat denn Erfahrung mit 3D-Programmierung? Na gut, immerhin ein paar. Da gibt es nämlich das wunderschöne Beispiel, das ist das Beste überhaupt, eigentlich. Ich bringe es trotzdem. OpenGL, eine 3D-Schnittstelle, hat Kontext. Die Schnittstelle ist jetzt seit 20 Jahren sehr beliebt, insbesondere auf nicht-Microsoft-Betriebssystemen. Und sie ist unglaublich schwierig zu benutzen, weil man ständig innerhalb der Implementierung dieser Schnittstelle Kontext hat und teilweise auch Kontext nach draußen gegeben wird, den man selber mitführen muss. Und das führt dann dazu, dass ich Objekte anlege, die auf meiner Grafikkarte nachher laufen, die da irgendwo im Speicher hängen. Ich bekomme von der Schnittstelle irgendwelche Objekte wieder zurück, die den zweiten Teil des Kontextes mit sich führen, aber beide für sich genommen reichen nicht. Und dann bin ich immer dabei, wie bringe ich das zueinander. Das, was die Grafikkarte als intern versteckten Status noch hat und das, was ich da nebenbei herumführen muss. Und das ist ein furchtbar schlechtes Interface, was allerdings, ja, ich sage mal, aus traditionellen Gründen immer noch benutzt wird. Einfach, weil es auch schwierig ist. Es gibt auch neue Revisionen. Aber das ist so ein Fall, wo man sagt, die Implementierung gibt irgendwelche Sachen nach draußen oder behält Sachen drin und macht einen Mischmastatt raus, das ist nicht gut. Da sollte man klar trennen. Und wenn man das vorher im Test sicherstellt, dass das möglich ist, weil man ja selber in seinem Test seine eigene Software benutzt und man dazu gezwungen wird, Klienten für die eigene Software zu schreiben, dass man dann auch direkt sieht, ja, diese Schnittstelle ist irgendwie gut benutzbar oder diese Schnittstelle ist eine Katastrophe. Ja, muss man halt ein bisschen noch aufpassen. Was haben wir noch für Zwecke von Tests? Lernen. Wir können anhand von Tests anderen Leuten wunderbar erklären, was die Software eigentlich macht, wie sie es macht und wenn alles gut geht, auch zeigen, warum sie das macht, was sie macht. Fangen wir vorne an. Wir haben gerade schon gesagt, es ist eine ganz gute Idee, wenn man bei den Tests nachher sicherstellt, dass sie ein brauchbares Interface haben und dieses Interface selber in seinen Tests verwendet. Die Konsequenz daraus ist, dass Tests, gut geschriebene automatisierte Tests, praktisch eine Beispielanwendung dafür sind, wie man diese Schnittstellen zu benutzen hat. Denn im Idealfall habe ich nachher für jede einzelne kleine abgeschnittene Funktion meiner Software einen Test, der genau ausschließlich diesen Teil überprüft. Zum Beispiel das Zählen meiner Kochrezepte in meiner Datenbank. Da muss nicht großvollstens noch drum geschehen. Ich tue einfach fünf Rezepte rein, lasse zählen und gucke dann, ob die Anzahl fünf rauskommt. So, wenn jetzt später irgendjemand wissen möchte, wie kann ich eigentlich diese Anzahl abfragen und das Interface nicht offensichtlich ist und ich sage mal, sobald man das mit halbwegs komplexen Sachen zu tun hat, sind Interfaces nicht mehr offensichtlich, zumindest nicht für Leute, die sie nicht selber programmiert haben, dann kann man in diese Tests reinschauen und sagen, gut, so scheint das zu funktionieren. Und zwar nicht nur statisch, dass man sagt, ich habe ein Handbuch, ein PDF, eine HTML-Seite, was auch immer, wo mir das so erläutert wird, wo vielleicht noch Text dazu steht, sondern das Beste, ich kann am Debugger auch durchsteppen. Ich kann sagen, diesen Test bitte auf meiner Entwicklermaschine ausführen und bitte direkt an den ersten Zeilen Breakpoint setzen und sagen, gut, was passiert hier eigentlich? Und dann kann ich Schritt für Schritt untersuchen, was in diesem Test eigentlich genau vor sich geht und wie sich die Software, die ich programmiert habe, verhält, wenn ich diese und diese Werte reingebe. Das ist zum einen hilfreich für Leute, die da autodidaktisch rangehen möchten, die dann eben so da reingehen können. Und zum anderen ist es auch immer praktisch, wenn man seinen Kollegen dann was zeigen kann, wo man sagt, gut, hier, wenn du den Abschnitt der Software mal ausprobieren möchtest, schau doch einfach mal in diesen Test. Der beschreibt ganz genau dieses isolierte Problem, was du hast. Und ja, guck da einfach mal, wie das funktioniert. So, was können Tests noch? Ich gebe es zu, das ist vielleicht erst mal abwegig, aber es funktioniert immer noch. Es ist ein ganz wesentlicher Punkt. Denn was typischerweise passiert, wenn man manuell testet, ist, man programmiert ein Stück Software und probiert es erst mal selber aus. Die Erwartung ist einfach, es funktioniert an der Stelle. Das ist eigentlich immer so, wenn man selber was programmiert hat. Es funktioniert. Dann gibt man das jemand anderem und er sagt, ja, das funktioniert. Und dann gerät es in Vergessenheit. Ziemlich lange. Denn wenn es funktioniert, braucht man keine weiteren Ressourcen darauf zu verschwenden, um sicherzustellen, dass es auch so bleibt. Denn warum sollte sich was ändern? Ich habe ja nichts gemacht. Das ist ein bisschen riskant. Denn ich denke, jeder kennt das Problem, dass irgendwann mal was nicht mehr funktioniert und man sich nicht auf Anhieb erklären kann, warum es nicht so ist oder seit wann. Oder wer dafür verantwortlich ist, geschweige denn, wie man es beheben kann. Da haben wir bei den automatisierten Tests den wunderschönen Punkt, dass wir an sich heutzutage Rechenkapazität für sehr günstig bekommen. Zumindest im Vergleich zur eigenen Arbeitszeit oder von menschlichen Testern. Und dass man dann einfach alle die Tests, die man so über die Zeit geschrieben hat, regelmäßig ausführen kann. Am besten wird das Ausführen der automatisierten Tests auch noch automatisiert. Das heißt, man muss nicht mal selber sich darum kümmern, dass diese Tests tatsächlich ausgeführt werden, sondern auf irgendeine magische Art und Weise werden regelmäßig die Tests durchgeführt. Und man weiß ganz genau, an dem Moment, wo irgendwas mal nicht mehr funktioniert, kriegt man sofort eine Meldung, die sagt, ja, irgendwie ist da was schiefgelaufen. Und dann ist man, wenn alles gut geht, noch so nah da dran, dass man jemanden hat, der weiß, was er als letztes getan hat, was dazu führen könnte, dass es nicht mehr gut geht. Versionskontrollsysteme helfen natürlich ungemein. Ich hoffe, Sie verwenden welche. Weil man dann halt nachgucken kann, was für Code-Änderungen tatsächlich passiert sind. Darf man nicht vergessen, Tests sind eigentlich für die Lebenszeit der eigenen Software gedacht, nicht nur für den Moment der Entwicklung. Und zu guter Letzt noch ein handfester Vorteil für den Entwickler selber ist Flow. Wem ist Flow ein Begriff? Okay, gehen wir dazu näher ein. Es gibt diesen Zustand, den man vielleicht, ich sage mal, häufig in der Kindheit erlebt hat. Sei es, wenn man mit Modellautos spielt, wenn man Lego-Bauwerke baut, die fast größer sind als man selbst. Wenn man anfängt, Baumhäuser zu basteln, wenn man Radios auseinander nimmt, um sie zu verstehen, wenn man sich Wecker anguckt, wenn man so tief in eine Beschäftigung versunken ist, dass man überhaupt nicht mehr möchte, dass die Eltern einen zum Mittagessen rufen oder sowas, sondern dass man so fasziniert von dieser Sache ist, dass man nicht mitkriegt, wie die Zeit vergeht und am Ende, also man kriegt es nicht mit, aber am Ende ist man irgendwie total glücklich und hat irgendwas erreicht. Das Gefühl kennen wahrscheinlich viele, oder? Darf ich mal kurz rumfragen? Nicht viele, das ist schade. Ich unterstelle mal, wenn Sie ein bisschen nachdenken, insbesondere in Ihrer Kindheit forschen, werden diese Momente auftreten in Ihrem Gedächtnis und Sie werden merken, da gab es diese Sache, wo man sich einfach wirklich in etwas vertieft hat und das Gefühl hatte am Ende, ja, das war gut, das hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie die Zeit vergangen ist, aber es war ein total tolles Erlebnis und da haben die Psychologen den schönen Begriff Flow für entwickelt, denn das ist so ein Zustand, wo man wirklich was erreicht, wo man was lernt, wo es Spaß macht und das ist was, was man tatsächlich auch an der Softwareentwicklung erleben kann. Es ist natürlich die Frage, wie kommt man da hin? Das ist jetzt erstmal nicht so typisches Arbeitsumfeld, würde ich sagen, dass man sagt, gut, ich komme morgens ins Büro und freue mich schon auf meine Arbeit und irgendwann ist es fünf, ich habe nicht mitgekriegt, wie es passiert ist, aber irgendwie habe ich was Tolles erschaffen. Was braucht man dafür? Die Nebenaspekte, die erstmal hier nicht mit viel zu tun haben, sind Konzentration, was furchtbar ablenkend ist, sind klingelnde Mobiltelefone, Leute, die ins Büro kommen und irgendwas haben wollen, Radiergummis ausleihen, Locher und so weiter. Was noch sehr abschreckend ist, sind Unter- oder Überforderungen. Wenn man also morgens anfängt und sagt, gut, eigentlich weiß ich überhaupt nicht, wie ich das Problem heute lösen soll, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht, am Ende wird mich irgendjemand dafür negativ kommentieren, dass ich hier wieder was falsch gemacht habe, es ist schrecklich, dann hat man so eine negative Grundeinstellung, dass man überhaupt nicht anfangen kann, irgendwie in die Nähe von Flow zu kommen. Auf der anderen Seite die Unterforderung, wenn ich morgens ins Büro komme und weiß, aha, heute muss ich wieder eine Tabelle, wo ich schon 300 Datensätze erfasst habe, auf 500 bringen und einfach von diesem Blatt Papier abtippen, das macht den meisten Menschen auch nicht so viel Spaß, als dass sie da dann ein besonderes Glücksgefühl bei hätten, sondern eigentlich will man irgendwas dazwischen haben, dass man sagt, gut, es entspricht meinen Fähigkeiten oder es ist vielleicht ein ganz kleiner Tick drüber, dass man sagen kann, gut, hier habe ich was gefunden, wo ich mit arbeiten kann. Der wichtigste Teil, der das Ganze zu den Tests bringt, ist, ich brauche deutliche Ziele. Ich muss ziemlich genau wissen, wo ich eigentlich hin möchte. Da ist immer unterschiedlich, je nachdem, um welches Feld es sich handelt, müssen die eher explizit sein, manchmal sind es auch gefühlsmäßig, ich sage mal, zurück zu den Lego-Burgen, da macht man sich ja vorher keinen Plan. Aber bei Software ist es halt so, dass irgendjemand das Ding nachher verwenden muss. Und wenn man dann in einer Situation ist, dass man beim Programmieren ständig darüber nachdenkt, was könnte derjenige, der mir diesen Auftrag gegeben hat, eigentlich genau gemeint haben, dann ist man direkt raus aus dem Flow. Dann ist das Ende, dann kommt eine Unterbrechung im Gehirn, dann kommen erst mal die Zweifel, das führt zu nichts. Dann hat man direkt die Sache, dass man im ganz anderen Modus drin ist, dass man versucht, sich in andere Leute reinzuversetzen, die vielleicht auch gerade nicht verfügbar sind, die man nicht gut kennt, die sich schwammig geäußert haben. Das ist eine schreckliche Sache. Wenn man allerdings weiß, wo man hin möchte und am besten in der Form, dass man schon einen Tester zu formulieren kann, der sagt, gut, wenn das erreicht ist, dann ist es gut. Dann habe ich die dritte Bedingung erfüllt, dass ich nämlich sagen kann, ich weiß ganz genau, wo ich hin möchte und alles, was dazu führt, dass ich dieses Ziel erreiche, bleibt mir überlassen, weil ich weiß, wenn ich dieses Ziel erreicht habe, dann ist es gut. und dann kommt man viel einfacher in diesen Zustand, dass man sagen kann, ich programmiere jetzt mal drei, vier, fünf Stunden lang irgendwas Schönes und ich bin sicher, dass es in die richtige Richtung geht, weil sonst der Test nachher fehlschlägt und ich bin auch sicher, dass ich ein Verständnis dafür habe, wo ich hin möchte. Kommen wir zum ersten einfachen Test. Viel drumherum, viel Motivation. Tests scheinen also irgendeinen sinnvollen Zweck zu erfüllen. Wie sehen Tests aus? Gut, erster einfacher Test. Wie gesagt, ich habe die ganzen Sachen in Visual Studio. Wenn irgendjemand bestreitet, dass das Sinn macht, was ich da erzähle oder das überhaupt kompiliert, können wir das gerne live durchgehen. Der erste einfache Test ist, ich habe eine Funktion. Diese Funktion sollte ich am besten irgendwie kennzeichnen, dass nachher der Roboter, der das ausführt, weiß, aha, hier handelt es sich um einen Test. Typischerweise .NET Attribute davor setzen und was ich dann mache, ist, ich möchte eins mit eins vergleichen. Das soll einfach so sein. Gut. Dann haben alle Test Frameworks ein Mechanismus, der heißt dann Assert, mit dem ich Sachen überprüfen kann, ob sie tatsächlich so sind, wie sie sein sollen. Hier ist es A equal 1 und 1. Gut, das testet keinen großen eigenen Code, sondern eigentlich stellt es nur sicher, dass es irgendwie so, ja, dass man schon mal was hat, was eine Maschine ausführen kann und wo die Maschine nachher sagt, ja, doch, das ist richtig, das ist super. Für die, die in Verlegenheit geraten, mitzuschreiben, den Code dazu und die Folien gibt es auf meinem Blog beziehungsweise auf GitHub. Aber das kann man auch mitschreiben. So, was kann man noch machen? Man kann die Tests strukturiert aufbauen. Denn auch wenn im Prinzip Tests nur einfache Funktionen sind, von denen man gesagt hat, lieber Automat, führe die doch bitte irgendwann zu gegebener Zeit mal aus, hat es sich als sinnvoll erwiesen, wenn man Tests eine gewisse Struktur mitbringt. An sich kann man alles in so eine Funktion reinschreiben. Bewährt hat es sich, wenn man sie dreiteilig gliedert. Wenn man sagt, gut, zuerst stellen wir sicher, was haben wir für Werte, die wir als gegeben annehmen. In dem Fall, gegeben ist, A ist gleich 1, B ist gleich 2. Gut, das nehmen wir hin. Dann passiert irgendwas. Wenn ich etwas tue, hier ist das, ich addiere die beiden Zahlen, A plus B, er gebe mein Ergebnis. So, das ist der Teil, um den es nachher tatsächlich geht. Das ist die Funktionalität, die ich prüfen möchte. Und dann kommt natürlich noch am Ende die Prüfung, die sagt, wenn ich dann A und B addiert habe, dann soll bitte das Ergebnis einen bestimmten Wert haben. So. Das sieht auch erst mal sehr einfach aus. Aus Erfahrung muss ich sagen, Leute, die anfangen, Tests zu schreiben, tendieren dazu, eine der einzigen Testmethode zu schreiben. Für alles. Und diese Testmethode fängt dann oben an und sagt, gut, ich habe erst mal dieses und jenes, dann mache ich mein erstes Assert und überprüfe irgendeine Eigenschaft. Sag mal, ich mache ein Repository und am Anfang soll es leer sein. Gut. Also gegeben ein Repository, wenn ich zähle, dann null Einträge. Dann, in der gleichen Methode geht es weiter. Wenn ich jetzt zwei Einträge noch reintue, dann sollen zwei drin sein. Und wenn ich dann eins anfordere, was nicht drin ist, dann soll es eine Exception geben. Und am Ende habe ich mir natürlich das Ganze ein bisschen vereinfacht, weil ich sage, gut, ich muss nur einmal das Repository mit New erzeugen. Habe ich dann einen Test, der drei ziemlich unterschiedliche Aspekte überprüft. Und wenn er fehlschlägt, weiß ich nicht, was eigentlich fehlgeschlagen ist. Dann muss ich wieder ein Stacktrace angucken, dann muss ich im Debugger da durchlaufen und dann nachher irgendwie rausfinden, welches von diesen ganzen Asserts ist denn eigentlich fehlgeschlagen. Im Idealfall habe ich Tests, die genau einen einzigen Aspekt beleuchten. Ich will hier wissen, ob eins und zwei zusammen drei ergeben. Das ist eine einzige Sache, ein Punkt. Wenn ich das nächste mache, schreibe ich mir dafür einen neuen Test. und diese Tests sollten am besten Namen kriegen, die aussagen, was ich ganz konkret darin überprüfe. Damit man später in der großen Übersicht, die man meiner Maschine zurückgibt und sagt, gut, diese Tests laufen, die zwei laufen nicht. Dann kann ich direkt in dieser Liste sehen, wie heißen die Tests, die fehlgeschlagen sind. Und wenn alles gut geht, weiß ich dann sofort, woran es liegt. Oder ich kann zumindest reingucken und sehe dann direkt, gut, da ist sowieso nur ein Assert drin. Das ist fehlgeschlagen. Und dann habe ich es viel einfacher, nachher auch Nutzen aus meinem Test rauszuziehen. Diese riesen Ein-Methoden-Tests sind bei der Entwicklung ganz okay. Deswegen fällt es am Anfang auch nicht auf, wenn man mit Testentwicklung anfängt. Weil irgendwie läuft es ja immer. Man programmiert ja immer erst den nächsten drei, vier Zeilen in den Test, wenn die ersten schon laufen. Das Problem taucht wirklich erst später auf, wenn man sicherstellen will, dass es immer noch funktioniert. Deswegen ganz wichtig, Tests in dieser Gliederung schreiben. Dann bleiben sie lesbar und dann haben sie auch später noch Nutzen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was können wir denn eigentlich an Test-Frameworks verwenden? Es gibt eine ganze Menge. Inzwischen recht verbreitet ist die Microsoft, der Microsoft-Test Test-Framework. Ich nenne hier ms-Test. Eigentlich heißt das Ding irgendwie Visual Studio Quality Framework Tool, Ding, Mit ms-Test weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Da hat man einfach eine Klasse, schreibe ich das Test-Class-Attribut vor. Ich habe eine Funktion, da schreibe ich das Test-Method-Attribut vor. Und dann weiß die Microsoft-Test-Runtime, aha, es handelt sich um eine Test-Klasse. Das Gleiche gibt es auch für N-Unit. N-Unit ist ein Test-Framework, der ist schon ein bisschen älter. Der hat so seine Wurzeln in den späten 90ern als automatisiertes Testen anfing, in Mode zu kommen, wo dann J-Unit entstanden ist, ein Test-Framework für Java. Und damals war es halt noch ziemlich in Mode, dass man einfach gut laufende Java-Frameworks praktisch eins zu eins nach .NET portiert hat. N-Unit kommt aus der Zeit, ist nicht schlecht, deswegen entspricht einem ziemlich genau allen anderen Frameworks, die M-M-Unit heißen, gibt es für alle Programmiersprachen. Sieht ganz genauso aus wie MS-Test. Ich habe oben eine Test-Fix-Chals-Attribut Test von der Methode, kann man auch nehmen, ist super. Wenn man jetzt allerdings ein neues Projekt anfängt, also wenn man es tatsächlich heute anfängt und sagt, ich möchte jetzt neue Tests schreiben, dann würde ich persönlich X-Unit.net empfehlen. Vom Namen her ist ja natürlich auch wieder irgendwie ähnlich wie N-Unit oder die anderen Unit-Dinger. Es sieht auch recht ähnlich aus. Der einzige Unterschied, den man hier auf ersten Blick vielleicht erkennen kann, ich muss die Klasse nicht mehr mit einem Attribut versehen. Aber ich sage mal, das ist eine Trivialität. Das ist egal. Der wesentliche Punkt ist, so ziemlich alle Test-Frameworks unterstützen natürlich deutlich kompliziertere Tests als die, die ich hier gerade zeige. Da kann man richtig was draus basteln, da kann man sagen, gut, ich möchte gerne eine allgemeine Vorbereitung für meinen Test haben, ich möchte hinter meinem Test automatisch wieder aufräumen, weil er irgendwie seinen Kontext beeinflusst hat. Ich möchte automatisiert irgendwelche Parameter generieren, die dann in meine Tests reinkommen, da kann man noch eine ganze Menge mitmachen und man kann noch eine ganze Menge Schindluder treiben mit den verschiedenen Frameworks. xunit.net ist ein Framework, der die größten Fehlerquellen beseitigt hat, indem er sie einfach schlichtweg nicht unterstützt. Man könnte sagen, es ist ein Unit-Testing-Framework oder ein allgemeines Test-Framework, auf das Wesentliche reduziert, mit den aktuellen Best Practices. Wenn man damit anfängt, hat man ganz gute Chancen, dass man nicht allzu große Fehler macht, was das Design der Tests angeht. In erfahrenen Händen sind die alle drei gleich gut, beziehungsweise auch wahrscheinlich jeder andere Test-Framework, der existiert. Die nehmen sich nicht viel. Nur mit xunit.net ist man halt auf der sicheren Seite, was ordentliche Tests angeht. So, ich überlege, aber das kann man eigentlich auch so ganz gut sehen. Ich zeige es trotzdem im Visual Studio, wird vielleicht noch ein bisschen eindrucksvoller dann. Einen Moment. Ich habe hier meinen Test. Da muss ich mir ein bisschen Platz machen. meine Test-Klasse hier in der Solution einfach mit drin. MS-Test, CLs, Datei, so, Test ist da drin. So, wie komme ich jetzt dazu, dass da überhaupt irgendwas passiert? Ich habe ja, ich habe keine WPF-Anwendung drumherum, ich habe keine Konsole. Irgendwie habe ich da nur eine Klassenbibliothek und da sind so Attribute eingestreut, was passiert? Gut. Für MS-Test hat Microsoft schlauerweise natürlich im Visual Studio direkt eingebaut den Test-Runner. Ich kann jetzt hier sagen, bei Test Run All Tests. Dann wird natürlich erstmal ein Bild durchgeführt, um zu gucken, ob das auch kompiliert, denn sonst braucht man gar nicht anfangen mit dem Testen. Und wenn es durchläuft, dann habe ich nachher im Test-Explorer, den ziehe ich mir hier mal raus, meine Tests aufgelistet und dann kann ich mir zu jedem noch Details angucken. Dann weiß ich hier, aha, es gibt die Addition, es gibt 1 equals 1. Wie lange haben die gebraucht? Wenn sie fehlschlagen, kann ich hier auch noch Informationen dazu sehen. Können wir gerade mal machen. Ich sage hier einfach mal 1 equals 1 wird ab sofort 1 equals 2. So. Lass die Tests nochmal laufen. Gucke in Test-Explorer. Aha, Failed-Test. Gut. Lass was schiefgelaufen? Dann gucke ich auf die rechte Seite, was ist passiert? Message. Assert R equal Failed. Expected 1, Actual 2. Und dann weiß ich schon ziemlich genau, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Stacktrace ist in dem Fall recht kurz, aber natürlich kann das beliebig kompliziert werden. So. Ich setze nochmal zurück. Run all Tests. Test-Explorer läuft. Super. Für die anderen Frameworks brauchen wir Plugins für Visual Studio. Ich sage mal, da gibt es eine ganze Menge zur Auswahl. Ich bin großer ReSharper-Freund. Es gibt auch andere. Sieht dann etwas anders aus. Ich habe hier zum Beispiel meinen N-Unit-Test. Da kann ich dann sagen, gut, diese Tests alle ausführen. Kriege ich einen ähnlichen Test-Runner. Kann ich nachher auch reingucken. Gut, N-Unit-Test. One equals one. Es gelaufen. Super. Da muss man einfach gucken, was einem persönlich am besten gefällt, wie man sie durchführen möchte. Freie Wahl. So, was man vielleicht gerade gesehen hat, als ich hier misst teste, aber ich gehe noch mal in den hier, in den X-Unit-Test. Ich habe hier auf der linken Seite diese seltsamen bunten Dinger. Die sind sehr praktisch. Das ist auch ein Plugin, N-Crunch. Das führt meine Tests automatisch aus. Und zwar immer, ständig im Hintergrund. Und zwar so automatisch im Hintergrund, dass ich hier jederzeit irgendwas reinschreiben kann. Ich kann jetzt hier eine 3 reinschreiben. Man achte auf das Sternchen hier oben. Ich habe noch nicht gespeichert. Trotzdem hat sich das schon rot verfärbt. N-Crunch kompiliert im Hintergrund auch die ungespeicherten Sachen aus Visual Studio, führt die Tests aus und markiert direkt, ob sie laufen oder nicht. Ist eine total praktische Sache, weil Softwareentwickler ja tendenziell immer faul sind. Zumindest geht es mir so. Und natürlich ist es nicht viel Arbeit, einfach mal irgendwo hinzuklicken und sagen, Tests ausführen. Aber wenn man sie gar nicht selber ausführen muss, sondern wenn man es direkt auf der linken Seite markiert kriegt, dann hat man eigentlich so ziemlich alles wegautomatisiert, was man automatisieren könnte. Ich habe direkt unverzügliches Feedback. Ja, läuft. Habe ich repariert. Genauso hier, wenn ich den einsetze. Läuft. So. Und wenn er fehlschlägt, habe ich natürlich auch immer die Möglichkeit, dann hier zu gucken, warum er fehlgeschlagen ist. Dann kann ich die Tests auch im Testjournal nochmal einzeln laufen lassen. Aber so kann man sich die Arbeit schon sehr, sehr angenehm machen. So. Zurück zu PowerPoint. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur mit dem Assert zu arbeiten, sondern auch hier gibt es wieder Plugins, die einem das Leben noch so ein bisschen schöner machen. Eins, was ich sehr gerne verwende, sind Fluent Assertions. Damit schreibt man die Tests einfach in einer etwas anderen Syntax. Ich habe hier praktisch den gleichen Test. Also ich sage einfach gut, A ist 1, B ist 2. Addiere die ganzen und dann aber Result, Should be und dann erst den Wert. Also nicht Assert, sondern einfach mit einem Should drin. Und dann werden die Tests auf einmal lesbar. Also man hat dann so eine Art englischen Satz da im Test drin stehen, der irgendeinen Sinn ergibt. Von der Funktionalität nimmt sich das nichts. Aber es ist noch ein Tick angenehmer bei der Betrachtung, wenn man diesen Test als Mensch liest und sagt, gut, was passiert hier eigentlich? Ich meine, bei Should be, das ist noch kurz. Das Gleiche gibt es natürlich für beliebig kompliziertere Konstrukte auch noch. Should have count für Collections oder so und so weiter. Da muss man einfach gucken, wenn man irgendwann das Gefühl hat, das Assert wäre nicht so richtig elegant. Mit Fluent Assertions kann man es anders formulieren. Geschmackssache, aber ich mag es sehr gerne. Ja? Nein, ist eine Extension Method. Die klappt auf allen Sachen, die unterstützt werden automatisch, dadurch, dass ich ein Namespace einbinde. Der müsste eigentlich Fluent Assertions heißen. Ich gucke. Moment. Wo haben wir es? Test. Genau. Ich zeige es gerade noch mal. So, der Namespace ist Fluent Assertions und dafür gibt es ein Nougat Package. Fluent Assertions. So. Ja? Ja? Eine sehr schöne Frage. Die Frage war, ob Ncrunch einen, wenn er das im Hintergrund immer macht, insbesondere auch mit Datenbankzugriffen, ob der nicht irgendwie blockiert, weil er so viel Rechenzeit frisst. Ich kann es konfigurieren. Zum einen kann ich bei Ncrunch selber einstellen, wie viele CPU-Cores er verwenden soll für seine Zwecke. Dann kann man wirklich eine feste Zuteilung machen und sagen, ich habe hier irgendwie in meinem Laptop zwei drin, beziehungsweise vier logische. Davon nehme ich einen einzigen für Ncrunch. Dann kann ich sagen, Tests, die besonders zeitaufwendig sind, soll er ignorieren. Kann ich manuell festlegen, wenn ich jetzt weiß, das ist wirklich eine Katastrophe, wenn ich diesen Test regelmäßig ausführe. Hilft es mir mehr, wenn ich den nicht sehe. dann ordnet Ncrunch die Tests bei der Ausführung danach, wie wahrscheinlich es ist, dass ich in diesen Tests einen neuen Fehler finde. Das heißt, wenn ich irgendwas programmiere, führt er zuerst die Tests durch, bei denen er dafür ausgeht, dass da was schief gehen könnte. Denn die Tests, die wahrscheinlich sowieso erfolgreich sind, die brauche ich nicht so dringend ausführen. Das heißt, während ich tippe, guckt Ncrunch, was passiert eigentlich gerade. Und die Sachen, die sehr wahrscheinlich irrelevant sind, die kommen ganz weit hinten in die Queue und werden dann erst ausgeführt, wenn ich eine längere Zeit idle bin, Kaffee trinke oder was auch immer. Und der sortiert das eigentlich schon ziemlich geschickt, dass man zum einen die Rechenzeit limitiert hat und zum anderen trotzdem immer sinnvolle Ergebnisse recht schnell bekommt. Test-Driven Development, wer war im Vortrag, der genau hier vor stattgefunden hat, schon drin? Okay, brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu zu sagen. Ist einfach die Idee, dass ich dann die Tests schreibe, bevor ich anfange zu implementieren. Klingt auch erstmal seltsam, für die, die den Vortrag vorher nicht gehört haben. Die Herangehensweise ist auch da wieder klar, wenn man sich überlegt, eigentlich ist es gut, wenn ich zuerst das Interface festlege und danach zu sehr, dass ich das irgendwie sinnvoll implementieren kann, weil ich dann weiß, dass es gut benutzbar ist. Und ich weiß automatisch, ich bin fertig und so weiter. Das ist eigentlich so state of the art, sage ich mal, dass man sagt, gut, ich schreibe erst meine Tests und dann mache ich weiter. Deswegen gehe ich da kurz drüber nochmal, weil es wichtig ist, auch wenn viele das schon gehört haben jetzt. Zuerst fange ich mit meinem Test an und sage, gut, ich schreibe einen Test, der sagt, ich brauche einen Taschenrechner. Den gibt es natürlich nicht. Visual Studio merkt das und sagt, hier, Taschenrechner gibt es überhaupt nicht. Blödsinn. Dann lege ich meine Klasse an. Und dann sage ich, gut, ich muss meinen Taschenrechner natürlich auch benutzen können. Wenn ich den anschalte, hat er erstmal einen Wert 0, wie jeder gute Taschenrechner. Visual Studio sagt, nö, Value gibt es eigentlich gar nicht. Was mache ich als nächstes? Ich sage, ja gut, dann lege ich halt eine Property an, die Value heißt. Auch erstmal kein Hexenwerk. Dann sage ich, gut, ich brauche nur eine Methode, die sagt irgendwie, Calculator add to. Gibt es auch nicht. Was mache ich? Ich implementiere diese Methode. Und jetzt kann man sich natürlich denken, gut, da geht mir doch mal ein ganzes IntelliSense in den Eimer, wenn ich die Sachen benutze, bevor ich sie habe. Das ist doch so ein Luxus, dass man immer weiß, was habe ich überhaupt für Methoden? Autovervollständigung arbeitet man gerne mit. Auch da wieder die Sache, es gibt verschiedene Plugins, die einem so eine Art, ja, Rückwärtsintellizenz bieten. Auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Ich kann, ich glaube, das führe ich gerade auch mal vor. Ich habe jetzt hier meinen Taschenrechner und ich möchte jetzt gerne auch multiplizieren können. Und ja, was brauche ich dazu? Ich nehme erst mal hier wieder Copy-Paste, nehme ich mir die Sachen von hier oben rüber. Multiply und da soll 8 rauskommen. Multiply ist markiert, gibt es nicht, schlechte Sache. So, wenn ich jetzt später nochmal Calculator, so, und jetzt kommt das Schöne, da ich Multiply schon mal verwendet habe, habe ich es in dieser Liste auch mit dran. Auch hier wieder meine persönliche Präferenz für ReSharper bietet eine ganze Menge solcher Möglichkeiten auch an. Ich könnte gar nicht sagen, ob es ein Visual Studio inzwischen auch ein Äquivalent eingebaut gibt oder ob das da herkommt. Auf jeden Fall kann man mit den geeigneten Tools IntelliSense auch nutzen, wenn die Sachen noch gar nicht implementiert sind. Dann kann ich nämlich hier einfach sagen, gut, nehme ich hier auch noch die 5 mit drauf und so weiter. Und das Nächste, was sehr praktisch ist, wo man sagen kann, gut, ich habe irgendwie, will ich noch einen weiteren Bonus dafür haben, dass ich das so rum schreibe. Ich habe hier von ReSharper dieses kleine Glühböhnchen in Rot, was sagt, da stimmt was nicht in der Zeile. Und dann kann ich einfach sagen, create method, calculator, multiply. Dann legt er mir automatisch in der passenden Klasse diese Methode an und er weiß ja schon, wie das Interface für diese Methode aussieht, dadurch, dass ich es verwendet habe. Und als ich Multiplay getippt habe, habe ich nachher keinen Rückgabewert erwartet. Deswegen schlägt er hier Void vor. Sagen wir, ja, ist okay. Er weiß, dass ich da eine 2 hingeschrieben habe. Also schlägt er vor, ein Integer zu nehmen als Parameter. Ich kann mich auch umentscheiden und sagen, gut, das soll auch ein Double sein. Name schlägt er erstmal irgendwas vor. So, und dann throw new not implemented exception ist eine ganz gute Voreinstellung für die Implementierung, denn hier fehlt was. Und dann kann ich anfangen, das zu programmieren und dann habe ich eigentlich meinen Entwicklungsprozess so ein bisschen umgekehrt und durch Tool Support aber wieder den ganzen Komfort da reinbekommen, dass ich also jetzt nicht wieder per Hand zusehen muss, dass die Sachen überall gleich heißen, sondern es geht eigentlich alles automatisch. Es ist also egal, wie rum man das macht. So, das nur dazu. Was ist der nächste wichtige Punkt bei Tests? Ich muss sie auf jeden Fall von einer isolieren. Und jetzt kommen wir so ein bisschen in den hakeligen Teil rein. Was heißt Testisolation? Ich muss auf jeden Fall den Code voneinander isolieren. Da habe ich auf der .NET-Plattform schon den schönen Effekt, dass die DLL-Hölle weitgehend besiegt ist. Wenn ich eine Assembly irgendwo hinlege und später eine mit gleichem Namen von woanders lade, dann werden die auch nicht als gleich behandelt, auch wenn sie irgendwie gleich heißen, sondern das sind unterschiedliche. Und so kann ich immer noch sicherstellen, dass das alles irgendwie richtig passt. .NET macht das schon eine ganze Menge für mich. Wie gesagt, Assemblies für sich genommen. Wenn ich die irgendwo im Dateisystem liegen habe, ist gar kein Problem. In anderen Programmiersprachen muss man das schon mal gucken. .NET, super. Bis auf einen Punkt. Der Global Assembly Cache. Wer hat das schon mit dem Global Assembly Cache zu tun? Ja, gut. Ich denke, Sie kennen das Problem dann. Zumindest die, die sich schon mal damit anfreunden mussten. Der Global Assembly Cache ist nur ein Ablageort von Windows, wo irgendwie so Standard-Assemblies irgendwie alle mal reinkommen. Und wenn ich jetzt bei .NET sage, gut, ich brauche diese bestimmte Assembly, dann schaut .NET zuerst, bevor es irgendwo anders reinschaut, ein Global Assembly Cache. Denn das ist so der Vorratsschrank von Windows. Da ist wahrscheinlich schon was Passendes drin. Da muss ich gar nicht weitergucken. Da ist alles Mögliche drin. Das Dumme ist, wenn ich da selber Sachen reintue, dann werden die da auch zuerst gefunden. Und wenn ich jetzt anfange, einen Test zu schreiben, dann schreibe ich ihn ja gegen eine bestimmte Assembly. Und diese Assembly habe ich vielleicht auch schon mal in den Global Assembly Cache reingetan. Der Testrunner sagt also jetzt, gut, ich habe diesen Test, der hängt von dieser Assembly App ab. Und was passiert? .NET schaut in den Cache und sagt, gut, hier hast du die Assembly. Das ist beim besten Willen nicht die Assembly, die ich gerade entwickle in meinem Visual Studio und beim Kompilieren irgendwo hingelegt habe in das Dateisystem, sondern es ist die, die ich zu einem früheren Zeitpunkt schon mal in den Assembly Cache gelegt habe. Da muss man aufpassen, denn jetzt hat man natürlich die Sache, ich kann Versionsnummern hochzählen, um das so ein bisschen zu verhindern. Aber wenn allein deshalb alle Entwickler auf allen ihren Maschinen immer ständig Versionsnummern irgendwo hinzählen, ist es auch manchmal etwas unübersichtlich. Ich kann aber oft auch die Sachen nicht aus dem Assembly Cache wieder rausholen. Wer verwendet SharePoint? SharePoint hat zum Beispiel auch die Eigenschaft, dass es sehr gerne Sachen in den Global Assembly Cache reinlegt, insbesondere eigene Solutions. Und wenn ich dann auf einer Maschine was entwickle und die Lösung in SharePoint installiere, kommen die in den Assembly Cache. Wenn ich später Tests gegen die Assembly durchführe, geht das nicht. Wenn ich jetzt aber die Assembly aus dem Assembly Cache wieder rausnehme, funktioniert meine lokale SharePoint-Installation nicht mehr. Es ist ein Ärgernis. Da muss man Workarounds für finden. In Anbetracht dessen, dass nicht so viele dieses Problem haben, gehe ich da jetzt nicht näher drauf ein. Das ist ein Thema für sich. Muss man halt gucken, was die eigenen Frameworks so verwenden. Die meisten Frameworks, die es heutzutage so gibt, sind da tolerant und sagen, wir können auch Assemblies überall haben. Wenn man ein Framework hat, was in den Global Assembly Cache schreibt, aufpassen. Das ist eine ganz, ganz fiese Falle, wo ich schon viele Kollegen darüber habe stolpern sehen. Da kommen Assemblies aus dem Nichts und man ahnt überhaupt nicht, was geschieht. Und auf einmal hat man einen völlig veralteten Code und im Debugger steppt man durch und das passt vorne und hinten nicht mit den Zeilen zusammen. Das ist schrecklich. Nächste Sache. Wir müssen Daten isolieren. Und das ist ein Problem, was wir als Internet-Entwickler schon eher selber haben. Ja, was heißt Daten isolieren? Im einfachsten Fall im Arbeitsspeicher. Das macht sogar Windows für uns. Jeder Prozess kriegt seinen eigenen Speicherbereich und muss sich nicht groß darum kümmern, was die anderen vielleicht irgendwo hingeschrieben haben. Hier eigentlich nur zu beachten, was ist mit Singletons? Ich habe ja ganz viele Testmethoden, die an sich unabhängig sein sollten. Das hat immer nach Given, When, When aufgebaut. Wenn eine von diesen Testmethoden in irgendeiner Form in einem Singleton Daten hinterlegt hat, dann ist der Singleton sehr wahrscheinlich auch im nächsten Test sichtbar und hat die Daten immer noch. Und schwupps hat man sich Abhängigkeiten reingeholt, die man eigentlich nicht haben wollte. Und auf einmal kann es einem passieren, dass die Tests nur noch an einer bestimmten Reihenfolge ausführbar sind. Und das ist auch eine ganz fiese Sache, wenn man nämlich weiß, ich kann den Test B erst ausführen, wenn A gelaufen ist. Und vielleicht habe ich die beiden gar nicht selber geschrieben, aber wenn ich zuerst B und dann A ausführe, dann stürzen vielleicht sogar beide ab. Das ist schlecht. Muss man auf jeden Fall untersuchen. Und wenn man es selber schreibt, wenn man selber Testschreibst, aufpassen, möglichst keine Singletons verwenden und wenn doch, dann möglichst in irgendeiner Form, dass man sie am Ende des Tests wieder aufräumen kann, dass man also jedes Mal einen ganz guten Zustand hat. Und beim Aufräumen aufpassen, dass auch aufgeräumt wird, wenn eine Exception geschmissen wird. Andersrum kann man natürlich aufräumen, bevor man ihn verwendet. Da muss man ja mal gucken, was gerade passender ist. Das ist der Teil, wo man so ein bisschen aufpassen muss, was irgendwo im Speicher liegt. Nächste Sache, Datenisolation, wir schreiben ja vielleicht auch Daten in Datenbanken rein. SQL Server macht es uns einfach. Wenn wir irgendwas in SQL Server reingeschrieben haben, können wir, wenn wir vorher eine Transaktion angefangen haben, danach einfach einen Rollback darauf anwenden. Die Daten sind wieder weg. Problem gelöst. Ist super. Je nachdem, welche Version ich wie verwende, kann ich auch die ganzen Dinger verschachteln. Muss man gucken, was aufs eigene Problem angemessen ist, aber im Zweifelsfall ist der Microsoft SQL Server oder vergleichbare da sehr, sehr einfach in der Handhabung. Gibt es tausend Pattern schon fertig, die man sich angucken kann. Wer so eine Datenbank verwendet, hat Glück beim Testen, das macht Spaß. Wer etwas, ich sage mal, neumodischer unterwegs ist, NoSQL Datenbank nimmt, zum Beispiel MongoDB, sehr populär, der hat leider, leider nicht unbedingt Transaktionen. Also es gibt NoSQL Datenbanken mit Transaktionen, aber viele haben dann doch keine. Und dann hat man wieder das Problem wie eben auch, wie mit den Singletons, ich schreibe irgendwas in meine Datenbank, der nächste Test kommt, was mache ich? Ja, aufräumen. Ist wieder so eine schwierige Sache in Datenbanken. Das Schöne an der Stelle ist, die meisten Datenbanken, die keine Transaktionen haben, sind so schnell und so leichtgewichtig, dass man Datenbanken auch mal wegwerfen und neu erzeugen kann. Es kann sich also lohnen, in jedem Test eine neue Datenbank anzulegen. Muss man messen, ob es für das eigene Problem sinnvoll ist oder nicht. Es kann sich auch lohnen, dass man aus einer bestehenden Datenbank einfach alle Collections beziehungsweise alle Tabellen entfernt und die dann weiterverwendet. Das ist manchmal schneller, allerdings manchmal auch etwas risikobehaftet, weil man nie so sicher sein kann, ob man wirklich jetzt alles entfernt hat oder zumindest seine Daten man genau kennen muss und zu wissen, ob noch irgendwo vielleicht ein versteckter Kontext rumliegt. Auch da wieder die ganz fiese Sache für die SharePoint-Entwickler. Der SharePoint ist, ich sage mal, Datenbank ähnlich. Man kann auch Sachen reinspeichern, man kann auch Sachen wieder abrufen, aber es gibt keine Transaktionen und das Erstellen von neuen Datenbanken ist unglaublich zeitaufwendig. Das ist eine ganz fiese Sache. Da muss man auch wieder gucken, was die Frameworks, die man dann tatsächlich verwendet, für Möglichkeiten bieten, wie man damit klarkommt. Ist auch ein Vortrag für sich, wie man damit umgeht. Muss man einfach im Hinterkopf halten, es kann sein, dass die eigene Persistenz Testen effektiv verhindert. Muss man schauen. Es gibt natürlich weitere Ressourcen, wenn ich ins Windows Event-Log reinspeichere. Da muss man immer gucken, wie geht man damit um, was für Abhängigkeiten sind da, wenn jetzt zwei Tests prüfen wollen, ob irgendwas bestimmtes geloggt wird und ich erst das eine reinloggern und das andere, habe ich immer noch den ersten Log-Eintrag drin, wie unterscheide ich die beiden voneinander, muss ich IDs vergeben. Muss man einfach sich bewusst sein, externe Abhängigkeiten sind immer ein bisschen trickreich. Insbesondere bei Continuous Integration. Continuous Integration ist eigentlich nichts weiter, als dass irgendein Server existiert, der sich ständig den aktuellen Quellcode aus dem Repository rausholt und sagt, gut, das kompiliere ich und da führe ich alle Tests drauf aus. Und jeder bessere Continuous Integration Server kann Tests parallel ausführen und macht das auch. Und dann sind da ganz, ganz viele kleine Tests, die alle parallel zueinander ausgeführt werden, damit es möglichst schnell nachher abläuft. Und wenn die nicht wirklich unabhängig voneinander sind, dann stoßen die zusammen. Und das ist schlecht. Denn dann habe ich wieder den Fall, sei es mit den Datenbanken, wenn ich einfach nur meine MongoDB-Datenbank ausleere, vor jedem Test, und ich habe zwei Tests, die das parallel machen, auf der gleichen Datenbank, dann leert die eine Datenbank die Daten, die der andere Test vielleicht noch gebraucht hat. Das fällt auf der eigenen Entwicklermaschine, wo man die typischerweise hintereinander ausführt, nicht so auf, aber Continuous Integration ist schwerer Verkehr im Testbetrieb, da muss man echt aufpassen, was man parallelisieren kann und was nicht. Und gegebenenfalls dieses System auch ein bisschen zügeln. Es ist sehr hilfreich, weil man ganz automatisch ständig Feedback bekommt, ob das System funktioniert oder nicht, aber Isolation im Hinterkopf behalten. Wo wir über Isolation sind, gibt es verschiedene Testtypen. Es gibt Unit-Tests, die eigentlich nur einen ganz, ganz, ganz isolierten Teil einer Software überprüfen, ganz ohne Kontext. Die stellen dann zum Beispiel sicher, ob mein Taschenrechner 2 und 2 addieren kann. Das sind die, mit denen auch eigentlich so ziemlich alles angefangen hat, deswegen die ganzen Namen wie NUnit, JUnit, XUnit, .NET. Die nächste Testebene sind Integration-Tests, die Namen, die auch dem Continuous Integration, die da mit dem Namen verwandt sind, wo man prüft, ob die verschiedenen Software-Komponenten tatsächlich zusammen funktionieren. Das ist der Teil, wo die Tests ein bisschen anstrengender werden, weil man wirklich jetzt, sei es verschiedene Assemblies, einfach nur verschiedene Klassen zusammenführt, womöglich mit externen Ressourcen zusammenführt, wie mit der Datenbank, also Unit-Tests, typischerweise ohne Datenbank, weil nur das eine Modul betrachtet wird, Integration-Tests mit Datenbank, weil ich gucken will, ob die ganze Pipeline irgendwie sinnvoll miteinander zusammenspielen kann. und höchste Ebene, Acceptance-Tests, die Benutzer-Interaktion simulieren, um dann wirklich einmal von ganz, ganz oben bis ganz nach unten durchzugehen und zu sagen, wenn jemand auf diesen Button klickt, dann passiert das und das und dann geht es die ganze Kette durch die Software durch und sagt, hier hat jemand auf den Gleichknopf gedrückt, in die Taschenrechner-Klasse, Rechnungen durchführen, Rechnungen aufbereiten, als View anzeigen, angezeigten Inhalt überprüfen, da muss man einmal komplett durch. Das sind die, die wirklich zeitaufwendig sind, von denen man normalerweise ein bisschen sparsamer welche hat, aber nichtsdestotrotz haben sie auch eine gewisse Berechtigung, weil sie eben bei den Sachen, die man einfach automatisiert überprüfen kann, auch wieder sicherstellen, dass die Leute nachher damit arbeiten können. Abhängigkeiten auch hier wieder zu berücksichtigen, gerade auch bei Acceptance-Tests, bei Integration-Tests fängt es an mit Datenbanken, bei Acceptance-Tests habe ich auf einmal Abhängigkeiten von Servern, vom IIS vielleicht, ich habe, wenn ich WPF-Anwendungen schreibe, Abhängigkeiten davon, dass ich auch einen tatsächlichen Desktop habe, auf dem ich Fenster öffnen kann, muss man immer gucken, wie man damit umgeht, auch da gibt es Lösungen für, aber man muss sich bewusst werden, welche Ebene an Tests man eigentlich hat und welche Abhängigkeiten vorhanden sind und ob man effektiv mit denen umgehen kann. Daher würde ich Einsteigern am Anfang immer raten, schreibt, viele, viele, viele Unit-Tests, die helfen schon enorm, dabei gute Software zu schreiben, schreibt ein paar Integration-Tests, die stellen sicher, dass es prinzipiell zusammen funktioniert und Acceptance-Tests sind was, da muss man sich schon ranwagen. Die sind nicht schlecht, aber sie sind für den Einstieg ein ganzes Stück Arbeit, da muss man aufpassen. Zu Pattern, zwei Pattern, die ich gerne noch erwähnen möchte. Ich hatte eben schon erwähnt, Singletons sind eine schwierige Sache, weil Singletons immer gerne Daten weiterhalten, als man das erwartet hat. Service Locator ist ein Pattern, was wunderbar auf einem Singleton aufbaut, wo man einfach sagt, gut, ich habe hier eine zentrale Stelle und wenn immer ich irgendeine Instanz von einer bestimmten Klasse brache, hole ich mir die da ab. Das führt dazu, dass Tests voneinander abhängig werden. Service Locator ist ein Pattern, was effektiv verhindert, dass man gut testen kann. Wo auch immer eine Software mit Service Locator Pattern drin ist, kann man eigentlich sicher gehen, dass die Tests, wenn sie dann am Anfang gelaufen sind, entweder in der Reihenfolge nachher Probleme machen oder spätestens, wenn irgendwo irgendwelcher Code geändert wird, aus irgendeinem unbekannten Grund einfach in sich zusammenbrechen. Das ist eine ganz fiese Angelegenheit. Man kann damit umgehen, aber vor die Wahl gestellt, wäre Dependency Injection eine Lösung für das gleiche Problem, die aber testbar ist. bei Dependency Injection ist einfach die Idee, ich hole mir als Klasse nicht die Abhängigkeiten von außen irgendwo ab, sondern ich erwarte, dass sie mir mitgegeben werden und auf einmal wird alles transparent. Ich kann genau sehen, was für Abhängigkeiten habe ich in meinem Test. Ich habe Abhängigkeiten von anderen Klassen, ich habe Abhängigkeiten von Datenquellen und so weiter und dadurch, dass ich das alles von außen reingebe, habe ich in meinen Tests ganz explizit drinstehen, worauf ich zugreife und ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Quellcode lese, worauf muss ich achten und dann werden die Tests nochmal ein ganzes, ganzes Stück deutlicher und lesbarer, weil man es in expliziter Form da hat und weil man sicher ist auch, dass es nicht später aus irgendeinem obskuren Grund alles in sich zusammenbricht. Eine andere Geschichte, die dabei hilfreich sein kann, sind Platzhalter. Ich kann sagen, ich habe hier eine Abhängigkeit zu einem bestimmten Interface, aber es ist mir deutlich zu aufwendig, das zu implementieren, also brauche ich einen Platzhalter. Ich lege da einfach irgendwas hin, was so tut, als wäre es jemand. In dem Fall hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte einen Datenzugriff prüfen, aber ich möchte nicht gegen meine echte Datenbank gehen, sondern ich brauche irgendwas, was so tut, als wäre es eine Datenbank und einfach mal diesen Platz einnimmt. Und dafür gibt es auch Frameworks wie Mock, die einem solche Platzhalter automatisch generieren, wo man dann sagen kann, ja gut, das ist irgendwie, hier brauche ich was für, was dieses Interface erfüllt. Es kann irgendwas sein, das muss nur irgendwie keine Funktionen haben, nach außen hin. Gib mir bitte so was. Und Mock sagt, gut, hier, hast du es, kommt automatisch. Wenn man das noch einen Schritt weiter treiben will, kann man mit Auto-Fixture sagen, ich möchte etwas haben, was dieses Interface erfüllt, aber was auch noch deterministische Zufallswerte zurückgibt. Und dann habe ich nämlich sehr schön im Test die Möglichkeit, mit Daten zu arbeiten, bei denen ich ganz genau sage, es ist mir völlig egal, was hier reinkommt, es muss ein String sein. Aber was für ein String, ist mir egal. Denn sonst hat man in Tests immer so das Phänomen, dass man irgendwelche Werte da reintippt, die man sich ausdenkt und dann durch irgendeinen blöden Zufall hängt was von dem tatsächlichen Wert dieses Strings ab. Und es ist im Test nicht sichtbar, ob es von diesem tatsächlichen String abhängig ist oder ob man nur irgendeinen String gebraucht hat. Und Auto-Fixture ermöglicht einem, dass man sagt, ich möchte irgendeinen String haben oder irgendeinen Benutzer. Das kann komplette Klassen instanzieren, mit Zufallswerten und Abhängigkeiten darin auflösen und hat dann Tests, die sagen, gut, hier steht irgendein Benutzer oder irgendein String, irgendeine Zahl, irgendeine Uhrzeit. Und dadurch, dass man als Entwickler überhaupt nicht weiß, was man dann tatsächlich bekommt, läuft man auch nicht Gefahr, dass man nachher davon abhängig ist in der Implementierung. Und das macht das Ganze auch nochmal ein bisschen lesbarer und auch vor allem ein bisschen sicherer. Gut, Zusammenfassung. Worum geht es bei Tests? Wir stellen sicher, die Software, die wir schreiben, funktioniert. Die Software, die wir schreiben, ist fertig im Sinne von Spezifikation erfüllt. Die Software hat eine angemessen hohe Qualität, weil ich weiß, sie bleibt auch funktionsfähig über die Zeit. Mein Continuous Integration Server im besten Fall bestätigt mir das ständig. und Lehre im Sinne von lieber Kollege, du möchtest gerne Rezepte zählen, dann guck doch einfach mal in diese Funktion hier, die Testfunktion, kannst auch im Debugger durchsetzen, passt schon. Worauf muss ich achten? Ich habe verschiedene Testebenen. Ich habe Unit-Tests, die isoliert ganz kleine Teile betrachten. Ich habe Integration-Tests, die das System in größerem Kontext betrachten, mit Datenbank, mit Log, mit was auch immer. Und ich habe Acceptance-Tests, die bis zur Benutzerschnittstelle alles durchexerzieren. Und ganz wichtig, welche Form auch immer, Isolation. Man muss aufpassen, wo der Code liegt, vielleicht im Global Assembly Cache, aufpassen, ob ich Singletons verwende oder ob ich Datenbanken verwende, die ich entweder über Transaktionen bereinige oder die ich in irgendeiner Form anders aufräumen muss. Und wenn ich das alles sauber isoliert habe, laufen die Tests zuverlässig, wenn ich nicht isoliere, dann habe ich irgendwann ein Durcheinander. Folien und Code dazu auf meinem Blog. Fragen entweder jetzt oder gerne auch später per E-Mail. Das wäre es soweit von meiner Seite. Applaus Vielen Dank.